Go for it! Das ist der Titel des Audios, das ich Ihnen heute präsentieren werde. Und der Untertitel lautet 11 Impulse für mehr Erfolg. Mehr ist möglich. Der Alex Rusch Podcast. Hier erhalten Sie Lernerkenntnisse, Inspiration und Ansporn in den Bereichen Marketing, Gesundheit, Erfolg und Unternehmer-Know-how. Mehr ist möglich. Hallo, hier ist Alex Rusch. Immer noch in Kalifornien. Ich bin jetzt schon seit ein paar Wochen hier. Ich geniesse sehr. Ich habe fast jeden Tag Sonnenschein. Und selbst wenn es zum Teil am Morgen noch etwas bewölkt ist, kommt die Sonne trotzdem raus. Im Durchschnitt sind die Temperaturen so um 21 Grad, aber ab und zu sind es auch 27 oder 28 Grad. Somit ist der Oktober schon ganz schön ideal hier. Ich bin ja vor allem hier, um an Spezialprojekten zu arbeiten, um Videos zu produzieren, an Konzepten zu arbeiten und natürlich auch meine Batterien aufzuladen. Wir haben auch eine neue Sendereihe entwickelt mit dem Titel «Die Alex Rusch Minishow». Und die ersten Folgen, die finden Sie bereits auf der Rusch-TV-Plattform auf rusch.tv. Zudem habe ich auch eine weitere Folge, nämlich die Folge 14 in der Sendereihe «Sind die Corona-Massnahmen verhältnismässig?», eine Initiative der Rusch-Firmengruppe. Produziert und online gestellt auf rusch.tv. Und heute habe ich wieder einen Leckerbissen für Sie aus dem Archiv der Rusch-Firmengruppe. Ein Audio mit dem Titel «Go for it!» und dem Untertitel «Elf Impulse für mehr Erfolg». Darin enthalten sind elf sorgfältig ausgesuchte Hörproben aus grossartigen Hörbüchern und wunderbar moderiert von einer Schauspielerin. Und ich bin sicher, das wird Ihnen Spass machen. Und vor allem, es ist absolut einzigartig. Das gibt es nur bei uns. Also, Ton ab! Herzlich willkommen bei der CD «Go for it!» «Elf Impulse für mehr Erfolg». Wir sind überzeugt, dass die nächsten 70 Minuten für Sie nicht nur äußerst lehrreich, sondern auch sehr inspirierend und motivierend sein werden. Wer kann am meisten davon profitieren? Nun, zu unserer Zielgruppe gehören vorwiegend Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte und Vertriebsprofis. Und dann natürlich alle, die erfolgreicher werden möchten. Also alles Menschen, die etwas bewegen möchten in dieser Welt. Sie erhalten hier, wie der Untertitel schon sagt, elf Impulse für mehr Erfolg. Alex S. Rusch, der Verleger und Erfolgsexperte, hat diese persönlich für Sie aus den großartigen Hörbüchern des Rusch-Verlages und des Aufsteiger-Verlages zusammengestellt. Wir starten gleich mit einem Impuls aus einem unserer wichtigsten Hörbücher, dem Millionen-Bestseller »Die 17 Mosaiksteine des Erfolges« von Napoleon Hill und W. Clement Stone. Ihre Welt wird sich verändern, ob Sie es wollen oder nicht. Und es steht in Ihrer Macht, die Richtung dieses Wandels zu bestimmen. Sie können Ihre Ziele frei wählen. Wenn Sie dies mit Hilfe von PGH tun, ergibt sich daraus ganz von selbst die Anwendung von sieben der 17 Erfolgsprinzipien. Nämlich erstens persönliche Initiative, zweitens Selbstdisziplin, drittens schöpferische Fantasie, viertens logisches Denken, fünftens konzentrierte Aufmerksamkeit, sechstens sorgfältige Einteilung von Zeit und Geld und siebtens Begeisterung. Robert Christopher war zielstrebig und verfügte über PGH. Sehen wir uns an, welche Rolle die natürliche Neigung, diese zusätzlichen Prinzipien anzuwenden, in der Geschichte seines Erfolges spielte. Robert ging es wie vielen anderen Jungen. Die Lektüre von Jules Verne's Roman »In 80 Tagen um die Welt« regte seine Fantasie an. Er erzählte uns »In 80 Tagen um die Welt«. »Warum sollte ich nicht mit 80 Dollar um die Welt fahren können? Ich war überzeugt, jedes beliebige Ziel erreichen zu können, wenn ich nur fest an seine Erreichbarkeit glaubte. Ich dachte mir, andere haben auf Frachtern gearbeitet, um ihre Atlantiküberfahrt zu bezahlen und sind dann um die ganze Welt getrammt. Warum sollte ich das nicht auch tun können?« Zunächst legte sich Robert eine Liste der Probleme an, denen er gegenüberstehen würde. Als nächstes notierte er sich jede brauchbare Lösung, die ihm einfiel. Nun war Robert Christopher ein hervorragender Fotograf und besaß eine ausgezeichnete Kamera. Als sein Entschluss feststand, setzte er ihn in die Tat um. Erstens, mit der Charles-Pfitzer-Company, einem Industrielaboratorium, vereinbarte er, in den Ländern, die er besuchen wollte, Bodenproben zu sammeln. Zweitens, ein internationaler Führerschein und ein Satz Landkarten wurden ihm für einen Bericht geboten, den er über den Zustand der Straßen im Mittleren Osten zu schreiben versprach. Drittens, er besorgte sich die Arbeitserlaubnis der Seemannsgewerkschaft. Viertens, von der New Yorker Polizei ließ er sich ein Leumundszeugnis ausstellen, aus dem er vorging, dass er nicht vorbestraft war. Fünftens, er wurde Mitglied des Internationalen Jugendherbergsverbandes. Sechstens, er setzte sich mit einer Flugfrachtgesellschaft in Verbindung und vereinbarte, dass er in einem ihrer Flugzeuge den Atlantik überqueren und, als Gegenleistung, Werbefotos für die Gesellschaft machen würde. Als seine Vorbereitungen soweit abgeschlossen waren, verließ der 26-Jährige mit 80 Dollar in der Tasche New York per Flugzeug. Mit 80 Dollar um die Welt war sein klar umrissenes Ziel. Und hier einige seiner Erlebnisse. Frühstück in Gander, Neufundland. Wie er das Frühstück bezahlte? Er fotografierte die Köche und die freuten sich. In Shannon, Irland, kaufte er vier Packungen amerikanischer Zigaretten, die ihn 4,80 Dollar kosteten. Damals waren Zigaretten in vielen Ländern als Tauschmittel ebenso wertvoll wie Geld. Von Paris fuhr er per Anhalter nach Wien. Der Fahrpreis? Ein Päckchen Zigaretten für den Fahrer eines Fernlasters. Einem Zugführer gab er vier Päckchen Zigaretten und der nahm ihn per Lokomotive quer durch die österreichischen Alpen bis in die Schweiz mit. Im Autobus kam er in Damaskus an. Ein syrischer Polizist war so stolz auf das Bild gewesen, das Robert von ihm gemacht hatte, dass er dem Busfahrer befohlen hatte, ihn mitzunehmen. Er fotografierte den Präsidenten und das Personal der Iraq Express Transportation Company und damit verdiente er sich die Bahnfahrt von Bagdad bis Teheran. In Bangkok bewirtete ihn der Eigentümer eines sehr vornehmen Restaurants wie einen König. Robert hatte ihm eine Auskunft gegeben, die dieser dringend benötigte, nämlich die detaillierte Beschreibung eines bestimmten Gebietes und dazu eine Reihe von Landkarten. Von Japan kam er als Besatzungsmitglied der Flying Spray nach San Francisco. In 80 Tagen um die Welt? Nein, Robert Christopher brauchte 84, aber er reiste für 80 Dollar. Seine Zielstrebigkeit und seine positive Geisteshaltung spornten ihn automatisch dazu an, weitere 13 der 17 Erfolgsprinzipien anzuwenden, um sein Ziel zu erreichen. Erinnern wir uns, der Ausgangspunkt jedes Erfolges ist Zielstrebigkeit, verbunden mit PGH. Fragen Sie sich also, was ist mein Ziel? Was will ich wirklich? Schätzungsweise 98 von 100 unzufriedenen Menschen machen sich kein klares Bild von der Welt, die sie gerne haben möchten. Denken Sie daran, denken Sie an die Menschen, die sich ziellos und unbefriedigt treiben lassen und gegen vieles ankämpfen, ohne ein klar umrissenes Ziel im Leben zu haben. Können Sie jetzt in diesem Augenblick angeben, was Sie sich am dringlichsten vom Leben erwarten? Ihre Ziele festzulegen, ist möglicherweise nicht leicht. Vielleicht müssen Sie sich zu diesem Zweck erst selbst genau prüfen. Eine nicht immer angenehme Aufgabe. Die darauf verwendete Mühe wird sich jedoch auf jeden Fall auszahlen, denn mit der Kenntnis Ihres Ziels kommen Sie in den Genuss vieler Vorteile, die sich fast von selbst einstellen. Sobald Sie sich ein klares Bild von Ihrem angestrebten Ziel machen, wird Ihr Unterbewusstsein von der eben zitierten Selbstsuggestion beeinflusst und hilft Ihnen, Ihr Ziel zu erreichen. Zweitens. Weil Sie wissen, was Sie wollen, fällt es Ihnen leichter, den richtigen Ausgangspunkt zu finden und den geeigneten Kurs einzuschlagen. Sie werden aktiv. Drittens. Nun macht Ihnen die Arbeit Freude. Sie fühlen den Ansporn zu tun, was die Verwirklichung Ihres Ziels von Ihnen verlangt. Sie teilen Zeit und Geld sorgfältig ein. Sie überlegen, denken, planen. Je mehr Sie über Ihr Ziel nachdenken, desto mehr wächst Ihre Begeisterung. Und mit der Begeisterung verwandelt sich Ihr Streben in einen Wunsch, der Ihr dringendstes Anliegen wird. Viertens. Sie erfassen instinktiv die Möglichkeiten, die Ihnen das tägliche Leben bietet, um Ihren Zielen näher zu kommen. Weil Sie wissen, was Sie wollen, nehmen Sie diese Möglichkeiten viel eher wahr. Die Bedeutung dieser vier Vorteile wird Ihnen beim Anhören der Geschichte eines bekannten amerikanischen Zeitschriftenverlegers noch deutlicher werden. Edward Bock kam als Junge mit seinen Eltern aus Holland nach Amerika. Er war durchdrungen von der Vorstellung, eines Tages eine Zeitschrift zu leiten. Mit diesem festen Ziel vor Augen war er imstande, sich einen Vorfall zunutze zu machen, der so alltäglich war, dass ihn die meisten von uns gar nicht bemerkt hätten. Er sah, wie ein Mann ein Päckchen Zigaretten öffnete, ein Stückchen Papier herausnahm und es auf den Boden warf. Bock hob es auf. Es war das Bild einer berühmten Schauspielerin. Er las, dass dieses Bild zu einer Serie gehörte. Die Käufer dieser Zigarettenmarke wurden aufgefordert, die vollständige Bilderserie zu sammeln. Bock drehte das Papier um. Die Rückseite war leer. Bock, ganz besessen von seinem Lebensziel, sah hier eine Möglichkeit für sich. Er glaubte, dass das Bild einen wesentlich größeren Sammlerwert haben würde, wenn auf der Rückseite eine kurze Lebensbeschreibung der abgebildeten Persönlichkeit stünde. Er ging zu der Druckerei, die die Bilder für die Zigarettenpäckchen herstellte, und setzte dem Leiter seine Idee auseinander. Dieser zögerte keinen Augenblick. Ich gebe Ihnen zehn Dollar pro Stück, wenn Sie mir in nicht mehr als jeweils hundert Wörtern die Biografien von hundert berühmten Amerikanern schreiben. Schicken Sie mir eine detaillierte Liste. Sie wissen schon, Präsidenten, berühmte Soldaten, Schauspieler, Schriftsteller und so weiter. Auf diese Weise bekam Edward Bock seinen ersten Auftrag als Schriftsteller. Die Kurzbiografien waren bald so gefragt, dass Bock sie nicht mehr allein bewältigen konnte. Also bot er einem Freund fünf Dollar pro Stück an, wenn er ihm helfen wolle. Innerhalb kurzer Zeit beschäftigte Bock fünf Journalisten, die für die Druckerei Lebensbeschreibungen von berühmten Persönlichkeiten verfassten. Und er war der Herausgeber. Halten Sie sich stets vor Augen, dass keinem der Männer, von denen wir bislang sprachen, der Erfolg auf einem silbernen Tablett gereicht wurde. Und doch schaffte es jeder von ihnen gerade in der Laufbahn, die ihm die größte Befriedigung gab. Sie entwickelten zu diesem Zweck die vielen Fähigkeiten, die sie in sich entdeckten. Es ist immer inspirierend, die CDs von Napoleon Hill anzuhören. Er ist wohl der bedeutendste Erfolgsexperte aller Zeiten. Keiner wird so oft in Büchern und Seminaren zitiert wie er. Machen wir nun einen Sprung zum Hörbuch »Entscheide dich jetzt« von Mirko Ribul. In der folgenden Passage geht es um einen verwandten Aspekt. »Ich weiß noch, wie das bei mir war. Ein paar Wochen vor Weihnachten sollte ich einen Wunschzettel zusammenstellen. Ich konnte aber noch gar nicht schreiben, deshalb habe ich meine Wünsche meinem älteren Bruder diktiert. Ich hatte viele Wünsche und es wurde ein sehr langer Zettel. Diesen Wunschzettel habe ich dann meiner Mutter gegeben, damit sie ihn ans Christkind weiterreicht. Sie hat meinen Zettel in einen Briefumschlag gesteckt, zugeklebt und wir haben ihn gemeinsam aufs Fensterbrett gelegt. Ich habe ganz fest daran geglaubt, dass nachts die Englein kommen, diesen Zettel holen und meine Wünsche dem Christkind vortragen. Dann kam der 24. Dezember. Wir mussten im Zimmer warten, bis es klingelte. Jetzt war das Christkind da gewesen. Unter dem Christbaum lagen viele Geschenke und wir packten in Windeseile alles aus. Als alle Geschenke ausgepackt waren und wir gerade anfangen wollten zu spielen, kam mir plötzlich der Gedanke, ja, wo ist denn das Fahrrad, das ich mir auch noch gewünscht habe? Mir wurde plötzlich klar, dass die Englein gar nicht alles geliefert hatten, was ich mir gewünscht hatte. Das Christkind hatte meine Bestellung gar nicht richtig ausgeführt. Ich musste erkennen, dass ausgerechnet mein größter Wunsch nicht in Erfüllung gegangen war und war enttäuscht. Im darauf folgenden Jahr konnte ich schon selber lesen und schreiben. Ich wusste auch aus eigener Erfahrung, wie wichtig es war, seine Wünsche ganz exakt festzulegen. Da habe ich dann auf meinen Wunschzettel geschrieben, Hauptwunsch, siehe Versandhauskatalog, Seite 277. Fahrradmodell, Preis, dann schrieb ich, elektrische Eisenbahn, Marke Märklin, Zugwagen, Lokomotive, Schienen und so weiter, Bestellnummer, Preis, dann folgte noch eine Reihe kleinerer Wünsche. Ich habe mich wirklich sehr bemüht, bei dieser Bestellung keinen Fehler zu machen, denn ich wollte nicht wieder dieselbe Enttäuschung erleben, wie im Jahr zuvor. Wieder kam die Bescherung. Mit dem Klingeln sprangen wir auf, liefen vor die Tür und schauten. Aber das Christkind war nicht mehr zu sehen. Da sind wir ganz schnell zurück zum Christbaum, unter dem die Geschenke lagen und haben ausgepackt. Ich bin im Kopf meine Bestellliste durchgegangen und habe sofort gemerkt, dass wieder viele Dinge gefehlt haben. Du dummes Christkind! Warum bringst du mir nicht alles, was ich bestellt habe? Dann habe ich mich bei meinen Eltern bitter über die Unzuverlässigkeit des Christkinds beschwert. In dem Moment, wo sie der Enttäuschung nachgeben, haben sie verloren. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich sagte mir, Christkind? Nein! In Zukunft bin ich mein eigenes Christkind. Ich werde für meine Wünsche selber sorgen. Ich werde für meine Wünsche selbst eine Strategie finden, damit sie auch tatsächlich in Erfüllung gehen. Ich werde mich nicht einfach hinsetzen und warten, dass meine Wünsche irgendwann und irgendwie von irgendwem erfüllt werden. Ich bin seither vielen Menschen begegnet, die auch als Erwachsene noch immer an das Christkind glauben, wenn es um die Erfüllung ihrer Wünsche geht. Sie möchten Traumreisen machen. Sie möchten ein schönes Haus oder ein ganz tolles Auto. Sie wünschen sich einen Traumberuf. Aber das sind alles nur Wünsche und weil sie nichts dafür tun, kommt auch die Lieferung nicht. Mit der Zeit wird ihre Wunschliste immer kürzer und es wächst die enttäuschende Gewissheit, ich bin nun mal nicht dafür geboren, reich und glücklich zu sein. Ich bin zu wenig intelligent. Ich bin zu klein. Ich bin zu dick. Ich hatte nicht das richtige Elternhaus, nicht die richtige Ausbildung. Ich hatte einfach schlechte Startbedingungen. Anstatt darüber nachzudenken, wie sie ihre Träume, Wünsche und Hoffnungen verwirklichen können, passen die meisten Menschen ihre Wünsche an ihre Brieftasche an. Das heißt, sie wissen genau, da drin sind im Monat 2000 Euro oder Franken. Da hat es keinen Sinn, wenn ich ein Ferrari-Probe fahre, denn für so ein Auto kann ich mir ja nicht mal den Sprit leisten, geschweige denn die Versicherung. Das lasse ich lieber sein. Das ist sowieso nichts für mich. Ich schaue mir den nicht mal im Schaufenster an, weil ich sonst bloß unzufrieden werde. Sie trösten sich mit gut gemeinten Ratschlägen von Freunden, die schon vor ihnen ihre Träume aufgegeben haben. Sie begründen ihre Bescheidenheit mit Volksweisheiten wie Schuster, bleib bei deinem Leisten oder bleib im Lande und nähere dich redlich. Diese Versagerbotschaften dienen ihnen als willkommene Ausrede für den lebenslangen Aufenthalt in ihrer Bequemlichkeitszone. Damit verhindern sie nachhaltig, dass sie einen Traum ihres Lebens entwerfen, der sie wirklich glücklich machen würde und für den es sich lohnen würde, den vollen Einsatz zu bezahlen. Wenn sie Erfolg haben wollen, müssen sie die Unzufriedenheit hinter sich lassen und ein festes Ziel ins Auge fassen. Das war doch eine schöne Geschichte, die uns etwas sehr Wichtiges vor Augen führt. Wir müssen unser Leben selbst in die eigenen Hände nehmen. Wir müssen etwas dafür tun, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Wenn wir alles nur dem Zufall oder anderen Menschen überlassen, bekommen wir nicht wirklich das, was wir wollen. Zum Thema Ziele jetzt gleich noch ein kurzer Tipp, entnommen aus dem Hörbuch »So überzeugen Sie jeden« von Marc M. Galal. Die meisten Menschen haben die größten Schwierigkeiten und setzen sich entweder viel zu große Ziele, die nicht erreichbar sind, oder viel zu kleine Ziele, an deren Realisierung sie keine Freude haben. Setzen Sie sich ruhig große Ziele, die Sie herausfordern. Große Ziele sind wichtig. Sie sollten jedoch auch realistisch sein und bei Ihnen ein gutes Gefühl auslösen. Sie sollten Freude empfinden, wenn Sie an das Ziel denken und diese Freude muss den Druck überwinden, den Sie auf dem Weg dorthin immer wieder verspüren. Sie sollten ein schlechtes Gefühl haben, wenn Sie daran denken, Ihr Ziel, aus welchen Gründen auch immer, nicht zu erreichen. Ich empfehle Ihnen deshalb, machen Sie einen Drei-Stufen-Zielplan. Setzen Sie sich ein Maximalziel. Ein wirklich ganz großes Ziel, bei dem Sie in die Sterne greifen wollen, wo Sie sich recken und strecken müssen, wo Sie sich anstrengen müssen, wo Sie alles geben müssen, um es auch zu erreichen. Dann ein erwartetes Ziel. Dieses Ziel ist selbstverständlich zu erreichen, weil es Ihren Erwartungen entspricht. Und schließlich ein Minimalziel. Ein Minimalziel umfasst das wirkliche Minimum, mit dem Sie notfalls auch zufrieden sind, wenn Sie es erreichen. Hiermit haben Sie es geschafft. Sie werden mit Sicherheit eines von diesen drei Zielen erreichen. Dann sind Sie nie deprimiert, wenn Sie ein Ziel nicht erreichen sollten. Diese Strategie gibt Ihnen Selbstvertrauen, gibt Ihnen Kraft und gibt Ihnen die Motivation, sich immer wieder neue Ziele zu setzen und auch zu erreichen. Befolgen Sie den Rat und machen Sie einen Drei-Stufen-Zielplan für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre und für fünf Jahre. Brechen Sie es herunter bis zu einem einzigen Tag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mir ein Ziel setze und erreiche das Ziel, das gibt mir Kraft, das gibt mir Motivation, noch mehr zu leisten, noch mehr zu machen. Das gibt mir eine Energie, die von innen herauskommt und höchst, Best- und Spitzenleistungen möglich macht. Das ist ein interessanter Ansatz, nicht wahr? Sie merken, meine Damen und Herren, dass bei uns dieses Jahr im Zeichen der Ziele steht. Kein Wunder, denn Ziele gehören zu den allerwichtigsten Erfolgsprinzipien. Das ist auch der Grund, warum das neueste Werk von Alex S. Rouge das noch erfolgreicher mit Zielen Erfolgspaket ist. Zwei volle Jahre hat er an diesem Erfolgspaket gearbeitet, das aus sechs CDs, drei DVDs, vier Arbeitsbüchern und einer ganzen Reihe von weiteren Elementen besteht. Es bereitet mir eine besondere Freude, Ihnen nun einen Auszug daraus zu Gehör zu bringen. Viele Menschen haben Angst davor, sich Ziele zu setzen, denn sie wollen letztendlich nicht scheitern. Wer will schon scheitern? Aber auf der anderen Seite, wer will Mittelmaß bleiben? Und genau das werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn sie sich keine großen Ziele setzen. Es ist klar, viele Ziele werden sie nie erreichen, besonders zu hochgesteckte oder unrealistische Ziele. Und für andere Ziele brauchen sie viel länger als geplant. Vielleicht möchten sie in drei Jahren Millionär sein und brauchen dann zwölf Jahre dafür. Bedeutet dies, dass sie ein Versager sind? Nein. Denn stellen Sie sich vor, was wäre, wenn sie sich gar kein Ziel gesetzt hätten? Sie hätten entweder Schulden oder bestenfalls 20.000 bis 30.000 Euro auf der Bank, aber sie wären kein Millionär. Was will ich Ihnen mit diesem Beispiel illustrieren? Etwas, das ich nicht oft genug wiederholen kann und immer wieder mit anderen Worten und anderen Beispielen sage. Nämlich, dass sie mit Zielen sehr viel weiter kommen als ohne. Es kann sein, dass sie länger brauchen als ursprünglich vorgesehen und es kann auch sein, dass sie nicht ganz dorthin gelangen, wo sie sein wollten. Aber immerhin kommen sie dann sehr viel weiter als ohne Zielsetzungen. Es ist aber wirklich so, dass die Angst vor dem Versagen der Hauptgrund ist, warum sich die Menschen entweder überhaupt keine Ziele setzen oder aber nur leicht erreichbare Ziele. Wir haben so große Angst vor dem unguten Gefühl, wenn wir ein Ziel nicht erreichen. Und deshalb setzen wir es uns einfach erst gar nicht. Wir begnügen uns mit dem, was uns das Leben von allein gibt. Ich hoffe jedoch, dass ich mit diesem Hörbuch bei Ihnen bewirke, dass Sie den Mut finden, sich Ziele zu setzen. Freuen Sie sich über jedes Ziel, das Sie erreichen und nutzen Sie Ihre Niederlagen als Lernerkenntnisse, um damit später noch größere Erfolge zu erzielen. Seit der Gründung des Rouge Verlages habe ich schon sehr viele Fehler begangen, darunter auch gravierende und für mich kostspielige Fehler. Hätte ich früher schon gewusst, was in meinem Hörbuch noch erfolgreicher als Unternehmer steht und hätte ich das Wissen umgesetzt, könnte ich mir mit dem Geld der nicht begangenen Fehler ein riesiges Traumhaus leisten und es fast vollständig abbezahlen. Ja, so teuer waren meine Fehler. Aber Sie haben auch eine positive Seite. Ich habe enorm viel aus den Fehlern gelernt, sodass ich jetzt ein noch stärkerer und innovativerer Unternehmer bin. Zudem kann ich mein Wissen weitergeben mit dem erwähnten Hörbuch, mit Consulting-Veranstaltungen, mit Referaten und mit unserem Unternehmerseminar. Hätte ich keine Ziele gehabt, dann wäre ich jetzt wohl immer noch ein Ein-Mann-Betrieb mit einem kleinen Hörbuch-Sortiment und ohne weitere Produkte und Dienstleistungen. Ich hätte sicherlich weit weniger Rückschläge erlitten, mein Leben wäre leichter gewesen, aber meine Firma hätte auch sehr viel weniger wert. Ich würde über einen viel kleineren Erfahrungsschatz verfügen und mein Leben wäre viel eintöniger gewesen. Ja, Sie sehen, Ziele verändern unser Leben enorm. Hören wir nun, was M. R. Koppmeier in dem Millionen-Bestseller Koppmeiers Erfolgstrategien im Teil Wunscherfüllung über den Umgang mit Niederlagen zu sagen hat. Sie müssen aber auch lernen, Fehlschläge in Kauf zu nehmen und Ihre Fragen und Bitten voller Energie und Vertrauen weiter anzubringen, bis Sie erreichen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben. Das Wissen um die Erfolgsgarantie, die Ihnen aufgrund des Gesetzes der Wahrscheinlichkeit geboten ist, versetzt Sie in die glückliche Lage, Ihre Angst vor Fehlschlägen zu überwinden. Der Hauptgrund für fortwährendes Versagen oder auch für lang anhaltendes Versagen liegt darin, dass viele Menschen, zumal sensible und etwas ängstliche Naturen, Fehlschläge für Niederlagen halten, die man überhaupt vermeiden sollte. Sie versuchen daher, jeder Enttäuschung aus dem Weg zu gehen, indem Sie all das, was nicht gerade in Ihrer Reichweite liegt, gar nicht erst anstreben. Das schützt zwar zuverlässig vor Pannen des Augenblicks, führt aber auf die Dauer garantiert zum Versagen auf allen Gebieten. Es ist ein todsicherer Tipp, wie man fertig bringt, es im Leben nie zu etwas zu bringen. Um Fehlschläge unter allen Umständen zu vermeiden, verpassen Sie grenzenlose Erfolgschancen. Sie gehen so nicht den Niederlagen aus dem Weg, sondern machen um den Erfolg einen großen Bogen. Wenn Ihnen etwas daneben geht, so ist auch das ein Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Ein Stolpernder vielleicht, ja, aber ein Schritt auf Ihr Ziel zu. Erfolg ist in erheblichem Maße eine Sache des Vorwärtsstolpern, des Nach-Vorne-Fallen und vor allem für den einmal gestürzten des Wiederaufstehens. Fehlschläge sind nun einmal ein unvermeidbarer, ein notwendiger, ja geradezu hilfreicher Faktor allen Erfolgsstrebens. Sie können aus einem Misserfolg wesentlich mehr lernen als aus Erfolgen, denn Fehlschläge zeigen Ihnen in krasser Deutlichkeit, was Sie nicht tun dürfen, wenn Sie weiterkommen wollen. Fehlschläge konditionieren Sie für den Erfolg. Das Überwinden von Schwierigkeiten macht Sie stärker. Sie müssen natürlich lernen, wie man erfolgreich Misserfolge verkraftet. Aber vielleicht die folgenschwerste Lektion, die Sie aus Niederlagen lernen können, ist jenes geistig-seelische Konditionstraining, das Sie befähigt, nach einem Knockout nicht den Kopf zu verlieren. Glauben Sie mir bitte, als Verkaufsberater von 102 amerikanischen Unternehmen weiß ich, wie Vertreter Ihren Weg zum Erfolg mit Fehlschlägen pflastern. Je nach der Höhe der Provision kann ein Vertreter oft bei einem Verhältnis von neuen Absagen zu einer Zusage immer noch ein Vermögen verdienen. Er muss keineswegs immer, nicht einmal meistens zu Abschlüssen kommen. Er muss bloß genügend viele Abschlüsse erzielen, um ein Spitzeneinkommen zu erreichen. Es gibt sogar Branchen, in denen es genügt, wenn ein Verkäufer ein Geschäft pro Woche abschließt. Es gibt sogar Beispiele dafür, dass ein einziger erfolgreicher Abschluss im Leben einen Mann zum Millionär gemacht hat. Ich will es noch einmal sagen, weil es so wichtig und entscheidend ist. Sie müssen keineswegs immer erfolgreich sein. Sie müssen nicht einmal meistens Erfolg haben. Es genügt, wenn Sie so viel Erfolg haben, dass Sie alles erreichen, was Sie sich wünschen. Viele unserer Kunden sagen uns, dass der Millionen-Bestseller Koppmeyers Erfolgstrategien zu Ihren Lieblingshörbüchern gehört. Es ist auch ein ganz besonderes Hörbuch. Alex S. Rusch hat damals persönlich die vier Bücher zu einem Acht-Kassetten-Hörbuch gekürzt. dass es nun auf elf CDs gibt. Gehen wir nun in einen ganz anderen Bereich. Kommunikation. Lassen Sie sich die folgende Passage aus Miteinander reden, Kommunikationspsychologie für Führungskräfte von Friedemann Schulz von Thun, Johannes Ruppel und Roswitha Stratmann vorspielen. Tatsächlich gehört das Leiden unter dem eigenen Chef zu einem sehr verbreiteten Elend in unserer Arbeitswelt. Es ist auch wirklich unbegreiflich, dass es im aufgeklärten Zeitalter der sozialen Kompetenz immer noch so viele entmutigte, frustrierte, in ihrer Kreativität eingeschränkte Mitarbeiter gibt, die wahrscheinlich zu Recht eine schlechte Führung dafür verantwortlich machen. So klagen die Führungskräfte übrigens in allen Ebenen der Hierarchien in unseren Seminaren oft ein, dass ihre Vorgesetzten nicht selbst an einem Kommunikationsseminar teilnehmen. Die hätten es mindestens so nötig wie wir. Wenn die mal mit gutem Beispiel vorangingen und zum Beispiel öfter kommunizieren würden, könnten wir das ja auch tun. Die geben Hochglanzbroschüren mit Führungsleitlinien heraus, aber selbst vorleben tun sie davon nichts. Allerdings trägt die Selbstdefinition als armes Würstchen zur Aufrechterhaltung dieses großen Problems nicht unerheblich bei. So kann ein typischer zwischenmenschlicher Teufelskreis zwischen Führungskräften und ihren Vorgesetzten entstehen. Aus der Sicht der Führungskräfte der höheren Ebene Wir tun unsere Arbeit. Wenn wir unsere Mitarbeiter fragen, wie die Umsetzung klappt, kommen von den meisten positive Rückmeldungen. Nur in Einzelfällen klappt mal etwas nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Da scheitert es dann wohl an einzelnen Personen. Insgesamt fühlen wir uns aber bestätigt in unserem Kurs. Fragt man nun die Führungskräfte der niedrigeren Ebene? Bei diesen ständigen Veränderungen weiß ja niemand so genau, wo morgen sein Schreibtisch steht, wenn er überhaupt noch einen hat. Da macht man lieber gute Miene zum bösen Spiel, auch wenn man von vornherein weiß, dass die Maßnahme zum Scheitern verurteilt ist und versucht, sich da irgendwie durchzuschlängeln. Wenn mich einer von oben fragt, ob wir mit der Umstrukturierung vorankommen, dann sage ich ihm doch lieber, was er hören will. Was würde es schon nützen, wenn ich ihm sage, dass das in der Praxis alles ganz anders aussieht? Der würde das doch sowieso nur meiner Unfähigkeit zuschreiben, wenn seine Pläne nicht funktionieren. Könnten nun beide ihren Anteil an diesem Teufelskreis erkennen, so würde deutlich werden, dass keiner schuldig, keiner nur Täter oder nur Opfer ist, sondern dass beide Seiten ihren Beitrag zum Fortbestehen des Teufelskreises leisten. Beide sind Mitspieler. Beide haben es also auch in der Hand, den Teufelskreis zu unterbrechen. Eine Auflösung des Teufelskreises setzt allerdings auf beiden Seiten eine beachtliche Souveränität voraus. Nämlich auf Seiten der übergeordneten Vorgesetzten die Fähigkeit, Kritik und Aufmüpfigkeit auszuhalten, ja sogar zu begrüßen, ohne den eigenen Thron wackeln zu sehen. Auf der Seite der untergebenen Führungskräfte nicht nur den Mut und die Courage, sich auch einmal unbeliebt zu machen, sondern auch die Fähigkeit, eine Kritik so vorzutragen, dass der Adressat sich nicht missachtet oder sogar verachtet fühlt, sondern gewürdigt in seinen Anstrengungen und in dem, was er erreicht hat. Anerkennung und Kritik so miteinander zu verbinden, ist zwar eine seltene Gabe, aber eine, die man lernen kann und die auch in vielen anderen Lebenssituationen zur entwickelten Menschlichkeit dazugehört. Darin, sich selber als Mitspieler in einem Teufelskreis zu verstehen, steckt sowohl eine Bürde als auch eine Chance. Die Bürde? Wer die eigene Mitverantwortung sieht, kann sich nicht mehr darauf ausruhen, dass er allein dem anderen die Schuld für eine missliche Situation gibt. Wir kennen manche, die sich zeitlebens von unfähigen Armleuchtern umgeben fühlen und den seelischen Nährwert dieser Diagnose bis zu ihrem Pensionsalter genüsslich verzehren. Die Chance? Dadurch, dass man sich nicht mehr nur als armes Opfer sieht, wird deutlich, dass eine Veränderung auch aus der eigenen Position möglich ist. Das heißt also, dass jeder innerhalb eines Unternehmens Verantwortung trägt und gleichzeitig auch Veränderungsmöglichkeiten hat. Keiner ist allmächtig, keiner ist ohnmächtig. Jedem ist es möglich, die Grenzen seiner Gestaltungsmöglichkeiten zu erweitern. Jeder muss aber auch akzeptieren, dass sein Einfluss innerhalb des komplexen Systems eines Unternehmens begrenzt ist. Konkret kann natürlich jede Führungskraft zuallererst vor ihrer eigenen Tür kehren, also in ihrem Verantwortungsbereich, der eigenen Abteilung oder Gruppe Veränderungen herbeiführen. Auch das ist nicht immer leicht, da es sehr häufig mit Kräften umzugehen gilt, die sich gegen Veränderungen sperren. Trotzdem verspricht die Veränderung im eigenen Team den größten Erfolg, da ja dort der eigene Einfluss der größte ist. Nach außen hin ergibt sich dann zum einen die Möglichkeit, dass positive Veränderungen auffallen, dass das, was in einem Team erfolgreich vorgelebt wird, zum Beispiel eine offenere Kommunikation, auf andere Teams abfärbt. Zum anderen besteht die Möglichkeit, sich direkt nach außen, zum Beispiel beim nächsthöheren Vorgesetzten, für Veränderungen einzusetzen. Dies ist zwar mit dem Risiko verbunden, irgendwo anzuecken, birgt aber auch die Chance, dass ungünstige Umstände tatsächlich verändert werden. So wie es hier darum geht, Gestaltungswillen und Anpassungsfähigkeit unter einen Hut zu bekommen, so provoziert der Führungsalltag immer wieder in ein und derselben Situation unterschiedliche Werte und Anforderungen und verlangt dann die Entwicklung eines klaren Rollenverständnisses. Aus dem armen Würstchen wird ein handlungsfähiges Subjekt. Na ja, Kommunikation ist nicht einfach, aber natürlich außerordentlich wichtig. Wir alle müssen uns mit Kommunikation beschäftigen. Es gibt in Amerika ein Buch und Hörbuch, das beinahe jede Führungskraft gehört und gelesen hat. Es ist seit dem Erscheinen immer auf den oberen Plätzen der Business-Bestsellerlisten. Wissen Sie welches? Es ist Good to Great von Jim Collins. Auf Deutsch heißt es Der Weg zu dem Besten, die sieben Management-Prinzipien für dauerhaften Unternehmenserfolg. Auch im deutschen Sprachraum ist dieser Millionen-Bestseller sehr beliebt. So empfehlen zum Beispiel Prof. Dr. Jörg W. Knoblauch sowie Prof. Fredmund Malik nachdrücklich das Werk Der Weg zu dem Besten. Wir haben für Sie einen besonders prägnanten Auszug herausgesucht. In unserer Studie fanden wir drei grundlegende Regeln, an denen man gut ablesen kann, was es heißt, rigoros zu sein und nicht rücksichtslos. Regel 1 Im Zweifelsfall nicht einstellen, sondern weitersuchen. Eines der unveränderlichen Gesetze des Managements ist Packards Gesetz, benannt nach David Packard, der es uns in einer vorangegangenen Studie verriet. Kein Unternehmen ist in der Lage, seine Umsätze auf Dauer schneller zu steigern als seine Fähigkeit, genügend geeignete Leute einzustellen, um das Wachstum zu realisieren und dabei noch zu einem Spitzenunternehmen zu werden. Wenn das Umsatzwachstum dauerhaft das Mitarbeiterwachstum schlägt, wird oder kann, man ganz einfach kein Spitzenunternehmen aufbauen. Wer ein Spitzenunternehmen aufbaut, weiß, dass die Wachstumsbremse für jedes Unternehmen nicht Produkte, Märkte, Technologien oder Wettbewerb sind, sondern vor allem eins, die Fähigkeit, genügend geeignete Leute zu rekrutieren und zu halten. Das Management von Circuit City verstand Packards Gesetz sofort. Als ich vor ein paar Jahren am zweiten Weihnachtstag durch Santa Barbara fuhr, bemerkte ich etwas Neuartiges an den Geschäften von Circuit City. Die Konkurrenz warb mit Slogans wie immer unschlagbare Preise oder Schlussverkauf. Bei Circuit City hingegen konnte man lesen immer auf der Suche nach guten Leuten. Das Interview mit Walter Brookert, dem Vizepräsidenten von Circuit City in den Jahren des Take-offs kam mir in Erinnerung. Befragt nach den fünf wichtigsten Kriterien für die Entwicklung eines Unternehmens vom Mittelmaß zur Spitze, antwortete Brookert erstens die Leute, zweitens die Leute, drittens die Leute, viertens die Leute und fünftens die Leute. Die Veränderung unseres Unternehmens verdankt sich zum Großteil dem Umstand, dass wir die richtigen Leute ausgewählt haben. Brookert erwähnte im Anschluss daran ein Gespräch mit dem damaligen CEO Alan Wurzel. Alan, ich bin am Ende. Ich finde einfach nicht die passende Person für diese oder jene Stelle. Wann kann ich einen Kompromiss eingehen? Ohne zu zögern, antwortete Wurzel, es gibt keinen Kompromiss. Solange wir nicht die richtige Person haben, müssen wir eben improvisieren. Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Alan Wurzel von Circuit City und Sidney Cooper von Silo ist der Umstand, dass Wurzel seine Zeit in den ersten Jahren vor allem damit verbrachte, die richtigen Leute zu finden, während Cooper 80% seiner Zeit mit Überlegungen verbrachte, welchen Laden er kaufen sollte. Wurzels vorrangiges Ziel war es, das beste und professionellste Management in der Branche aufzubauen. Coopers Ziel war einfach, so schnell wie möglich zu es sich zur Priorität auf allen Firmenebenen mit Top Personal besetzt zu sein, vom Fahrer in der Auslieferung bis zum Vizepräsidenten. Silo eilte schon bald der Ruf voraus, nicht mal mit den einfachsten Dingen klar zu kommen, beispielsweise ein Produkt unversehrt bis zur Haustür des Kunden zu liefern. Denn Rexinger zufolge legte man bei Circuit City größten Wert auf qualifizierte Fahrer. Wir sagten Ihnen, ihr seid der letzte Kontakt, den Circuit City mit den Kunden hat. Wir werden euch Uniformen zur Verfügung stellen. Wir erwarten, dass ihr euch rasiert und keinen unangenehmen Körpergeruch verströmt. Ihr werdet professionelle Arbeit leisten. Die Reaktion war überwältigend. Die Leute schrieben uns, um sich für die Zuvorkommenheit der Fahrer zu bedanken. Nachdem Wurzel fünf Jahre im Amt war, hatten Circuit City und Silo im Grunde noch dieselben Antworten auf die Was-Fragen. Aber Circuit City ging ab wie eine Rakete und hängte in den 15 darauf folgenden Jahren die durchschnittliche Börsenentwicklung um das 18,5-fache ab, während Silo vor sich hin stolperte, bis das Unternehmen schließlich übernommen wurde. Gleiche Strategie, andere Leute, andere Resultate. Regel 2. Wenn man eine Personalentscheidung treffen muss, sollte man sofort handeln. Sobald man den Eindruck hat, dass man jemanden ständig kontrollieren oder anleiten muss, weiß man, dass man die falsche Person eingestellt hat. Wir alle kennen die Situation. Wir haben die falsche Person an Bord und alle wissen es. Aber anstatt zu handeln, warten wir ab, vertagen die Entscheidung, probieren Alternativen, investieren Zeit, versuchen es mit einer dritten und vierten Chance und hoffen, dass sich die Situation bessert. Aber es wird nicht besser. Zu Hause reden wir mit unserem Partner über diesen Mitarbeiter oder denken zumindest an ihn. Das Schlimmste daran ist, dass uns all die Zeit und Energie, die wir an diese Person verschwenden, fehlt, um mit den fähigen Kollegen zusammenzuarbeiten. Aber wir machen einfach weiter, bis diese Person von selbst geht, zu unserer großen Erleichterung. Oder wir endlich handeln, auch dies zu unserer großen Erleichterung. Und die ganze Zeit über fragten sich die guten Leute im Unternehmen, warum man so lange gewartet hat. Die falschen Leute an Bord zu haben, ist gegenüber all den richtigen Leuten nicht fair, weil diese unweigerlich alle Unzulänglichkeiten ausbügeln müssen. Im schlimmsten Fall kann es so weit kommen, dass die guten Leute das Unternehmen verlassen. Leistungsbereite Mitarbeiter motivieren sich im Wesentlichen durch Resultate. Wenn sie sehen, dass sie nicht so viel erreichen, wie sie erreichen könnten, weil sie haben, führt das bei ihnen zu Frustrationen. Entscheidungen auf die lange Bank zu schieben, ist aber auch unfair gegenüber den Leuten, die von Bord gehen müssen. Sobald man weiß, dass eine Person für die Position nicht geeignet ist, muss man ihr dies sagen. Sonst stiehlt man ihr Zeit, die sie dazu verwenden könnte, eine andere Position zu finden, auf der sie sich weiterentwickeln kann. Wenn wir ehrlich sind, hat das Zuwarten ja meist nichts mit der Sorge um die Person zu tun, sondern mit unserer Bequemlichkeit. Auch die falschen Leute erledigen einigermaßen ihre Aufgaben und es würde eine riesengroße Anstrengung bedeuten, sie zu ersetzen. Deshalb gehen wir dem Problem aus dem Weg und warten. Aber die ganze Zeit über fragen sich die fähigen Leute im Team, wann werden die was tun? Wie lange soll das denn noch so weiter gehen? Anhand von Moody's Company Information Report untersuchten wir die Personalveränderungen in den Chefetagen. Wir konnten keinen Unterschied in der Fluktuation zwischen Take-off Unternehmen und den Vergleichsunternehmen feststellen. Was wir gleichwohl entdecken konnten, waren Unterschiede in den Mustern der Fluktuation. Im Top Management der Take-off Unternehmen fanden wir ein zweipoliges Muster. Entweder blieben die Leute sehr lange oder sie waren ganz schnell wieder weg. Mit anderen Worten, die Take-off Unternehmen warfen nicht mehr raus, sie warfen besser raus. Die Take-off CEOs entschieden sich von Anfang an für Top-Leute und versuchten diese dann so lange wie möglich zu halten. Irrten sie sich dennoch, zogen sie so schnell wie möglich die Konsequenzen, damit diese Leute mit ihrem Leben und sie mit ihrem Geschäft weitermachen konnten. Die Take-off CEOs trafen keine überstürzten Entscheidungen. Oft ließen sie es sich einige Anstrengungen kosten, herauszufinden, ob jemand vielleicht nur an der falschen Stelle saß, bevor sie sich von ihm oder ihr trennten. In den ersten beiden Jahren bei Gillette verbrachte Coleman Mockler 55% seiner Arbeitszeit damit, ein Management-Team aufzubauen. 38 von 50 Positionen besetzte er neu. Mockler dazu im Interview, jede Minute, die man damit verbringt, die richtige Person auf die richtige Position zu befördern, spart einem später mehrere Wochen. Ellen Wurzel schrieb uns einen Brief, nachdem er die erste Fassung dieses Kapitels gelesen hatte. Mit ihrer Betonung, wie wichtig es ist, die richtigen Leute an Bord zu holen, haben sie völlig recht. Daraus folgt aber etwas, das ebenfalls sehr wichtig ist. Ich habe viel darüber nachgedacht, wer wo im Bus sitzen soll. Ich nannte das eckige Pfähle in eckige Löcher und runde Pfähle in runde Löcher stecken. Anstatt anständige und fähige Leute zu feuern, nur weil ihre Resultate nicht ganz stimmten, habe ich versucht, sie ein- oder zweimal umzutopfen, um zu sehen, ob ihre Arbeit woanders Früchte tragen würde. Es kann eine Weile dauern, bis man mit Sicherheit weiß, ob jemand nur an der falschen Stelle im Unternehmen eingesetzt wird oder ob er oder sie grundsätzlich nicht zum Unternehmen passt. Unabhängig davon handelten die Take-Off CEOs sofort, wenn sie eine Personalentscheidung treffen mussten. Aber woher weiß man, wann man handeln muss? Zwei Fragen können hierbei hilfreich sein. 1. Würden sie diese Person noch einmal einstellen? Anstelle von soll diese Person von Bord gehen? Und 2. Wenn diese Person zu Ihnen käme und Ihnen sagte, dass sie wegen eines tollen Angebots das Unternehmen verlassen will, wären sie dann schrecklich enttäuscht oder insgeheim erleichtert. Regel 3. Setzen Sie Ihre besten Leute auf die besten Chancen an, nicht auf die größten Probleme. In den frühen 60er Jahren machten R.J. Reynolds und Philip Morris die größten Gewinne im Inlandsgeschäft. R.J. Einstellung zu Geschäften im Ausland lässt sich etwa so zusammenfassen. Wenn jemand irgendwo auf der Welt eine Camel haben will, soll er uns anrufen. Joe Calman bei Philip Morris hingegen hatte ganz andere Ansichten. Er sah in den internationalen Märkten die einzige Chance für langfristiges Wachstum, obwohl sein Unternehmen damals nur ein Prozent der Umsätze im Ausland erwirtschaftete. Calman bastelte an der besten internationalen Strategie und hatte plötzlich eine Idee. Die Frage lautet nicht was, sondern wer. Er zog seinen besten Mitarbeiter George Wiseman vom Inlandsmarkt ab und gab ihm den Bereich Weltmärkte. Zum damaligen Zeitpunkt lief international so gut wie nichts. Philip Morris hatte eine winzige Exportabteilung und je eine ums Überleben kämpfende Niederlassung in Venezuela, Kanada und Australien. Als George in die internationale Abteilung versetzt wurde, fragten sich viele, was er falsch gemacht hatte, erzählte einer von Georges Kollegen. Ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf stand, erinnerte sich Wiseman. Da war ich gestern noch für 99% des Unternehmens verantwortlich und heute war es gerade mal noch 1%. Das Wirtschaftsmagazin Forbes bezeichnete Cullmans Entscheidung, Wiseman in den kleinsten Unternehmensbereich zu versetzen als Geniestreich. Der weltgewandte und hochintelligente Wiseman war genau der richtige Mann, um Märkte wie den europäischen zu entwickeln. Er machte aus dem internationalen Geschäft den am schnellsten wachsenden und heute größten Geschäftsbereich des ganzen Unternehmens. Unter Wiseman wurde Marlboro zur meistverkauften Zigarette der Welt und das drei Jahre, bevor sie in den USA zur Nummer Eins wurde. Beim Vergleich zwischen RJR und Philip Morris wird ein Muster sichtbar. Die Take-off Unternehmen setzten ihre besten Leute immer dort ein, wo sie die größten Entwicklungsmöglichkeiten vermuteten und nicht etwa dort, wo es Probleme gab. Die Vergleichsunternehmen hatten die Tendenz, sich genau konträr zu verhalten. Sie verstanden nicht, dass das Managen der Schwächen höchstens zu einem guten Unternehmen führen kann, das Managen der Chancen hingegen zu einem Spitzenunternehmen. Wenn man sich dafür entscheidet, seine Probleme loszuwerden, sollte man dadurch nicht auch seine besten Leute verlieren. Das ist eines der kleinen Geheimnisse eines erfolgreichen Wandels. Wenn man den besten Leuten einen Platz im Bus garantiert, werden sie eher bereit sein, einen Kurswechsel mitzumachen. Hand aufs Herz. Wenden Sie die Regel 1, im Zweifelsfall nicht einstellen, sondern weitersuchen, wirklich an? Oder gehen Sie den Weg des geringsten Widerstandes und stellen den Bewerber dennoch ein, weil sie keine Lust haben, nochmals eine Stellenanzeige zu schalten und weitere Vorstellungsgespräche zu führen? Lassen Sie diesen Impuls auf sich wirken. Harvey McKay ist einer der profiliertesten Unternehmer Amerikas. Viele Top-Manager halten große Stücke auf seine Ratschläge, weil er ein Mann der Praxis ist. Im Rouge Verlag ist er Autor von zwei Millionen Bestsellern. Die folgende Lektion haben wir dem Hörbuch Schwimm mit den Haien ohne gefressen zu werden entnommen. Sie meinen, sie werden wohl kaum in die Verlegenheit kommen, über Salt II zu verhandeln oder über Firmenimmobilien oder über Gewerkschaftsforderungen. Das macht nichts. Sie werden sich trotzdem plötzlich mitten in einer geschäftlichen Verhandlung wiederfinden, wo ihre Fähigkeit, aufzustehen und zu gehen, der Schlüssel zum Gewinn ist. In der Autobranche gibt es eine uralte Masche, bekannt unter dem Namen Herr Otis, bitte. Der Interessent kommt zum Händler und erhält zu seiner Überraschung ein fantastisches Angebot für seinen alten Schlitten, den er in Zahlung gibt, und ein noch besseres für den neuen Wagen. Er vergleicht die Preise bei anderen Händlern und kommt zu dem Schluss, dass es ein einmaliges Angebot ist und geht wieder zu dem betreffenden Händler. Der Verkäufer schreibt den Vertrag aus. Er lässt den Kunden unterschreiben. Dann fragt er ihn beiläufig, was denn die anderen Händler ihm geboten haben. In diesem Moment gibt der Kunde siegestrunken sein wertvollstes Pfand aus der Hand, das er bei dieser Verhandlung besitzt. Seine Informationen, seine Kenntnis der Preise anderer Händler. Nur noch eine Formalität, erklärt daraufhin der Verkäufer. Der Verkaufsleiter muss noch sein Okay geben. Ich rufe ihn sofort her. Der Verkäufer bearbeitet sein Telefon und stellt die Haussprechanlage ein. Herr Otis, bitte. Herr Otis, bitte. Natürlich gibt es gar keinen Herrn Otis. Einen Verkaufsleiter gibt es, aber der heißt in Wirklichkeit Müller, Meier oder sonst wie. Otis ist der Name der Firma, die Aufzüge herstellt und dieser Aufzug geht nach oben. Der Verkaufsleiter erscheint. Er verlässt mit dem Verkäufer den Raum, um den Kunden einige Zeit schmoren zu lassen. Der Verkäufer kommt zurück, erklärt, dass Otis das Geschäft so nicht akzeptiert und handelt dann den Preis auf genau die Höhe, die auch die anderen Händler genannt haben. Warum, werden Sie fragen, steht der Kunde in dem Augenblick nicht einfach auf und geht? Weil er emotional zu viel investiert hat, als dass er den Handel hier abbrechen könnte. Er hat sich seinen neuen Wagen schon ausgesucht. Er ist blau, hat rote Polster, steht da vorne im Ausstellungsraum und wartet darauf, dass er mit ihm wegfährt. Während er mit dem Verkäufer im Verkaufsraum sitzt, hat seine Frau schon hinter dem Steuerplatz genommen und die Kinder toben auf den Sitzen herum. Allen im Büro hat er erzählt, wie gewieft er verhandeln kann. Wenn er nicht unterschreibt, muss er seine Sachen nehmen und ganz von vorne anfangen. Die Kinder werden plärren, wieder einmal, und im Büro werden sie ihn hänseln, wieder einmal. Was sind also schon die 870,50 Dollar mehr bei einem Kauf von über 15.000? Ein paar Monatsraten mehr. Es geht uns gut, Junge, Gott sei Dank, macht ihr einen schönen Tag und hier ist das Scheckheft. Er unterschreibt, weil er nicht ohne Abschluss von diesem Tisch aufstehen kann. Aber sie können es. Und wenn sie es tun, kaufen sie ihren Wagen am Ende für weniger, als sie bezahlt hätten, wenn sie auf diesen klassischen Schwindel hereingefallen wären. Recht hat Harvey McKay schon. Wenn der Deal nicht gut ist, dann stehen sie am besten auf und gehen. Das ist ein wertvoller Tipp. Und wer weiß, vielleicht lenkt Herr Ottis ja doch noch ein. Donald Trump ist der einzige Milliardär, der auch noch eine eigene Fernsehsendung hat. Und nicht nur irgendeine, sondern eine unglaublich erfolgreiche Sendung. Sein Leben sowie seine Art des Geschäftemachens sind spannend und sehr lehrreich. Auch wer noch nicht reich ist, kann viel von ihm lernen, zum Teil auch zwischen den Zeilen. Deshalb war auch sein Buch Trump, wie man reich wird, ganz oben auf den Wirtschaftsbestsellerlisten und wurde zum Millionenbestseller. Ich habe nun das Vergnügen, Ihnen einen Erfolgstipp daraus vorzuführen. Ursprünglich wollte ich dem Trump Tower einen anderen Namen geben. Tiffany Tower, wegen des berühmten Juweliergeschäfts nebenan. Ich fragte einen Freund, wie soll ich ihn nennen? Trump Tower oder Tiffany Tower? Er meinte, wenn du dich in Tiffany umtaufen lassen willst, dann nenne ihn Tiffany Tower. Wir alle kennen die Macht von Markennamen, vor allem wenn es sich um anerkannte Qualitätsmarken handelt. Coco Chanel wurde vor 80 Jahren weltberühmt, weil sie ihr erstes Parfum Chanel Nummer 5 nannte. Und dieses Parfum setzt sich auf einem hart umkämpften Markt noch heute durch. Der Duft und der Name sind zeitlos geworden. Sie hat bewiesen, dass man mit den richtigen Zutaten eine Legende erschaffen kann. Wegen meiner strengen Anforderungen an Design und Qualität ist Trump inzwischen ein exzellenter Markenname geworden. Wir alle bewundern die Limousinen von Rolls-Royce und ich will, dass alle meine Projekte diesen Qualitätsstandard aufweisen. Mein Eifer auf diesem Gebiet hat sich gelohnt, denn meine Gebäude gelten als die besten der Welt. Das mag prahlerisch klingen, aber es ist eine Tatsache. Ich neige nicht dazu, Wunschvorstellungen mit der Realität zu verwechseln. 2003 führte die Immobilienkolumnistin Mary Umberger in der Chicago Tribune die hohe Nachfrage nach den Wohnungen im Trump International Hotel and Tower in Chicago auf den Trump-Faktor zurück. Umberger schrieb, selbst erfahrene Akteure auf dem Immobilienmarkt staunen darüber, wie schnell die Wohnungen verkauft werden. Am Beginn der Verkäufe sagten mir diese Experten, sie zweifelten daran, dass Trump genug Momentum gewinnen würde, weil der Luxuswohnungsmarkt in Chicago sich im Tiefschlaf befand und immer noch befindet. Manche Leute haben geschrieben, ich sei ein Großmaul, aber sie haben den entscheidenden Punkt nicht erkannt. Ich glaube an das, was ich sage, und ich liefere die Beweise. Wenn sie ihr Leben einer bestimmten Aufgabe widmen, an das glauben, was sie tun und es für hervorragend halten, dann sollten sie das auch jedem erzählen. Feinsinnigkeit und Bescheidenheit sind etwas für Nonnen und Therapeuten, aber im Geschäftsleben müssen sie lernen, der Welt mit lauter Stimme mitzuteilen, was sie erreicht haben. Kein anderer wird das für sie tun. Wenn ich den Preis für eine Luxuswohnung festsetze, mache ich mir über viele Faktoren Gedanken, über den Markt, über die Lage und über die Konkurrenz. Dann mache ich meine eigenen Regeln. Einmal, als ich die teuersten Apartments nicht verkaufen konnte, erhöhte ich die Preise weit über das Preisniveau meiner Wettbewerber hinaus. Die Wohnungen wurden sofort verkauft. Ich sehe meine Arbeit als Kunstform und widme mich ihr mit der gleichen Intensität und dem gleichen Ego, wie es ein ehrgeiziger Künstler tun würde. Ich habe nie bewusst geplant, aus meinem Namen eine Marke zu machen, aber jedes Produkt, mit dem ich zu tun hatte, wurde von meinem ästhetischen Empfinden geprägt und so entstand ein immer größer werdendes Netzwerk von Interessen. Der weltweite Erfolg des Namens Trump war eine Überraschung für mich. Wer meinen Namen auf seinem Gebäude sehen will, verspricht damit höchste Qualität und zahlt mir mindestens fünf Millionen Dollar. Dieser Preis gilt nur für den Namen und die jeweiligen Bauherren wissen, dass er es wert ist. Dieses Gebäude wird meinen Standards entsprechen. Ich muss lachen, wenn ich an die Zeile, was ist ein Name, aus Shakespeare's Romeo und Julia denke. In einem Namen kann weit mehr stehen, als der Barde oder ich selbst es uns je hätten träumen lassen. Wir alle haben den Aufstieg von Markennamen und ihrer Macht erlebt, von Levis bis Louis Vuitton. Manche Menschen sind gegen diese Verbreitung von Markennamen und betrachten sie lediglich als eine Form der Etikettierung. Ich sehe sie als wertvolles Ventil für Kreativität. Wenn sie im Lauf ihrer Karriere vor einem wirklich großen Erfolg stehen, könnte es sein, dass irgendein Snob sie in herablassendem Tonfall fragt, sie wollen doch nicht etwa zu einem Markennamen werden, oder? Wer so fragt, dem fehlt der große Überblick. Und meistens ist er schlicht neidisch auf ihren Erfolg. Ich kann heute Projekte in kürzester Zeit realisieren, während ein unbekannter Bauunternehmer oder Bauherr Monate oder Jahre brauchen würde, um die Sache in Bewegung zu bringen. Bei meinen Bauprojekten sind Tausende von Menschen beschäftigt und wenn es diese Projekte nicht gäbe, hätten sie keinen Job. Kommerz und Kunst funktionieren nicht unabhängig voneinander, sondern nur Hand in Hand. Das ist das Schöne an einem erfolgreichen Markennamen. Der einzige Nachteil eines bekannten Namens ist, dass man Angriffen ein leichtes Ziel bietet. Die Medien müssen niederreißen, was sie aufgebaut haben. Das gehört zum Journalismus. Geschichten von Helden und Schurken von Erfolg und Misserfolg. Wenn sie einen Markennamen haben, werden sie angegriffen. Das ist unvermeidlich. Und ich habe gelernt, damit zu leben. Wie wir in The Apprentice sagen, es ist nicht persönlich gemeint, es geht nur ums Geschäft. Zum Glück kann Zeitung lesen auch viel Spaß machen, wenn man die wirklich wichtigen Kritiker auf seiner Seite weiß. Herbert Muskem, der Architekturkritiker der New York Times, ist ein lehrter und, wenn es um Gebäude geht, eine Autorität. Von ihm gelobt zu werden, hat einen inneren, unvergänglichen Wert. Ich fühlte mich sehr geehrt, als er einen Artikel über den Trump World Tower schrieb und ihn als Prachtexemplar eines Glasturms bezeichnete. Außerdem schrieb er, Obwohl Donald Trump nach außen gern den aggressiven Teil seiner Persönlichkeit präsentiert, Männer tun das gern, ist er doch unter den Bauherren in New York weit und breit der einzige Schönheitsfanatiker. Es kann nicht überraschen, dass eine inoffizielle Anerkennung des Trump- Gebäudes vom Museum of Modern Art kam. Der Turm verkörpert die Ästhetik Miers van der Roos, der den Geschmack der Designabteilung des Museums von Anfang an wesentlich geprägt hat. Ich hoffe, dass Trump diesem Baumaterial treu bleiben wird. Trump leistet bessere Arbeit, wenn er seine Kritiker ignoriert und nicht auf sie hört. Scheuen Sie sich nicht, kräftig auf die Pauke zu hauen, wenn Sie etwas geschafft haben, das es wert ist, bekannt gemacht zu werden. Und glauben Sie den Kritikern nicht, außer natürlich denen, die ihre Arbeit lieben. Alex S. Ruh spart mich, Ihnen noch folgende drei Tipps mit auf den Weg zu geben. Tipp 1. Setzen Sie sich zum Ziel, jeden mindestens 30 Minuten lang Hörbücher anzuhören. Sie können hierzu ja die ungenutzte Zeit im Auto, auf dem Hometrainer oder bei der Hausarbeit nutzen. Bei 30 Minuten pro Tag kommen Sie im Jahr auf rund 180 Stunden Weiterbildung. Ganz nebenbei. Hörbücher sind eine geniale Erfindung für Erfolgsmenschen, die ihre Zeit effizient nutzen möchten. Tipp 2. Abonnieren Sie unbedingt den kostenlosen Rouge Internetbrief und kümmern Sie sich darum, dass unsere E-Mail- Adresse auf Ihrer Whitelist ist, damit er nicht im Spam-Filter hängen bleibt. Sie erhalten von uns wertvolle Erfolgstipps auf kurze, prägnante Weise sowie Infos über neue Produkte und Dienstleistungen. Aber nicht nur das. Es gibt Sonderangebote und Ankündigungen, die wir zum Teil exklusiv über den Rouge Internetbrief kommunizieren. Hinzu kommt, dass der Rouge Internetbrief sehr populär ist. Also ein Muss für jeden Kunden. Tipp 3. Besuchen Sie auch einmal ein Seminar der neuen Alex Rouge Erfolgssystem-Seminarreihe. Alex S. Rouge hat nahezu sein gesamtes Erfolgswissen in insgesamt sechs Seminartage gepackt, die Sie auch einzeln buchen können. Die Seminare sind sehr praxisnah, lehrreich, unterhaltsam und resultatorientiert. Infos finden Sie unter www.alexrouge.com-erfolgssystem Jetzt noch ein letzter Hinweis. Wie Sie sicherlich gemerkt haben, legen wir großen Wert auf Qualität. Wir wählen die zu vertonenden Bücher und Autoren sorgfältig aus, suchen den jeweils idealen Schauspieler aus und nehmen alles mit viel Herzblut und Liebe zum Detail in einem guten Tonstudio auf. Das wird auch von unseren Kunden sehr geschätzt. Unser Ziel ist es, dass wir jedes Jahr noch mehr Menschen und Unternehmen zum Erfolg verhelfen können. Um das zu erreichen, ist nicht nur gute Werbung erforderlich. Wir brauchen auch Kunden, die uns nicht nur passiv, sondern auch aktiv weiterempfehlen. Daher meine Bitte, geben Sie diese CD doch gleich an jemanden weiter, der sich von der hohen Qualität und dem Nutzwert unserer Hörbücher überzeugen kann. Besten Dank! Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen viel Erfolg zu wünschen! Das war das Audio mit dem Titel «Go for it». Vielleicht haben Sie jetzt auch Lust bekommen, Hörbücher des Rusch-Verlages oder des Aufsteigerverlages zu bestellen. Im Rusch-Shop unter ruschverlag.com finden Sie alle unsere Hörbücher und Erfolgspakete und weitere Audios. Die meisten gibt es sowohl auf CD als auch als MP3s. Hier nochmals die Domäne www.ruschverlag.com Und zum Schluss noch meine grosse Bitte. Bitte empfehlen Sie diese Podcast-Reihe weiter. Am besten gleich jetzt an fünf oder zehn Ihrer Freunde oder Geschäftspartner. Unter www.mim-podcast.com gibt es ein benutzerfreundliches Weiterempfehlungsformular. Oder Sie können einfach diesen Link weitergeben. Am besten per E-Mail. Besten Dank im Voraus! Und Sie merken ja auch, dieser Podcast ist absolut einzigartig und jeder, der sich für Erfolg interessiert, sollte ihn sich anhören. Der Nutzen ist gross und auch die Abwechslung und natürlich die Qualität. Und vielleicht gehen Sie jetzt mal schnell auf die Rusch-TV-Plattform auf rusch.tv, um sich einige der Videos aus Kalifornien anzusehen. Die haben wir ebenfalls in einer hohen Qualität produziert mit total einzigartigen Inhalten. In der Folge Nummer eins der Alex Rusch Minishow geht es um Weizengrassaft. In der Folge zwei um den Tesla 3 und in der Folge drei um das neue iPhone 13 Pro Max. Das war's für heute. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Bis dann! 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 Bis dann!